Die Bahn im deutschsprachigen Raum hat auch in diesem Monat wieder einige Veränderungen durchgemacht. Viele Neuigkeiten zu neuem Rollmaterial, der Kauf von Go Ahead durch die ÜBB, der Start von Gewerkschaftsverhandlungen und vieles mehr. Herzlich willkommen zu Bahn News mit diesem Top-Thema. ÜBB kaufen Go Ahead. Nach dem Allegra Misserfolg steigen die Bundesbahnen nun im deutschen Nahverkehr ein. Neues Wagenmaterial für Schleswig-Holstein, den Wiener City Airport Train und die Schweizer BLS. Arriva Group verkauft. Die DB trennt sich von ihrer internationalen Tochter, geht aber gleichzeitig neue Projekte im Ausland an. Und GDL-Verhandlungen starten. Erste Forderungen wurden bereits aufgestellt. Zu den Berichten aus den einzelnen Ländern starten wir gewohnterweise in Österreich. Ab dem nächsten Jahr bekommen junge Erwachsene dort anlässlich ihres 18. Geburtstags einmalig und kostenlos ein österreichweites Klimaticket für ein Jahr. Die große Beliebtheit des Klimatickets zeige, dass die Menschen in Österreich klimafreundlich unterwegs sein wollen und bereit dafür sein, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, wenn sie dann einfach, bequem und günstig sind. Mit dieser Aktion wäre das Fahren mit den Öffis für junge Menschen noch attraktiver, heißt es dazu aus dem zuständigen Ministerium. Gerade junge Erwachsene stehen nach dem Schulabschluss oder dem Ende ihrer Ausbildung vor einer entscheidenden Phase. Das Mobilitätsbedürfnis verändert sich, aber gleichzeitig laufen kostenlose SchülerInnen oder Lehrlingsfreifahrten aus. Hier hilft nun künftig der Gutschein für ein Klimaticket in Höhe von 821 Euro aus, welcher innerhalb von drei Jahren nach Erhalt eingelöst werden kann. Die Maßnahme kostet ersten Berechnungen zufolge rund 120 Millionen Euro im Jahr. Auch abseits junger Menschen erlebt das Bahnfahren in Österreichs Ostregion weiterhin an Wachstum mit stark steigerten Fahrgastzahlen. Um diesem gerecht zu werden, investieren die ÖBB, das Klimaschutzministerium und die Stadt Wien in ein Upgrade der S-Bahn Wien. Dieses Projekt, das nun im Oktober 2023 offiziell gestartet wurde, modernisiert die Stammstrecke der Bundeshauptstadt zwischen Wien-Meidling und Wien-Floretzdorf. Die Maßnahmen umfassen die Verlängerung von Bahnsteigen auf 220 Meter, um längere Züge mit 40% mehr Sitzplätzen zu ermöglichen. Zusätzlich werden Bau- und Tragwerke sowie die Schieneninfrastruktur erneuert und das digitale Zugsicherungssystem ETCS Level 2 implementiert. Der Umbau erstreckt sich bis Ende 2027 und beinhaltet Streckensperren in den Sommermonaten, um schnellen und sicheren Fortschritt zu ermöglichen. Das Projekt ist Teil eines umfassenden Vorhabens zur Modernisierung und Digitalisierung des 170 Kilometer langen S-Bahn-Netzes in der Ostregion. Ziel ist es, dichtere Takte, kürzere Wartezeiten und mehr Komfort für Fahrgäste anbieten zu können. Auch an anderen Strecken, etwa zwischen Unterrezbach und Peierbach-Reichenau, werden Bahnsteige verlängert. Der erste Spatenstich fand nun im Bereich Wien-Handelske statt. Die ersten Bauarbeiten werden nun genau dort und im Bereich Wien-Treisengasse durchgeführt, bevor dann 2025 die Hauptarbeiten beginnen. Die neuen Cityjet-D0ML-Nahverkehrszüge werden nun final auch in Tirol eingeführt. Markiert durch die erfolgte Übergabe des ersten Zuges bei ÖBB Traintag in Innsbruck. Bis Mai 2024 werden 20 dieser Züge auf verschiedenen Strecken nach Tirol ausgeliefert. Zunächst zwischen Innsbruck und Kufstein, später auf Strecken wie Landeck-Innsbruck und Wörgl-Salzburg. Die Erweiterung der Flotte zielt auch hier darauf ab, dem wachsenden Fahrgastaufkommen gerecht zu werden und den Passagieren dabei noch mehr Komfort zu bieten. Die neuen D0ML-Garnituren bieten deshalb zahlreiche Annehmlichkeiten wie Steckdosen, Leselampen, verstellbare Sitze, Skihalter sowie Laptop- und Fußstützen, Kinderwagenabstellplätze, Fahrgastinformationssysteme und WLAN. Die vier statt bisher dreiteiligen Züge können bis zu 290 Personen befördern, erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 160 kmh und verfügen über zwei barrierefreie Toiletten. Zusätzlich zu den neuen Zügen selbst stellten die ÖBB auch ihre neue Werkstätte, die ÖBB Traintag-Halle in Innsbruck vor. Diese modern ausgestattete Halle ermöglicht die optimale Wartung von Fernverkehrszügen und wird später um eine weitere Halle für die Wartung von Nahverkehrszügen erweitert. Der City Airport Train feiert sein 20-jähriges Jubiläum und kündigt die Investition in drei neue Züge vom Typ Kiss von Stadler an, die 2027 geliefert werden sollen. Die fünfteiligen Einheiten bieten Platz für rund 300 Reisende und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von theoretisch 200 km pro Stunde. Sie wurden aus dem bestehenden Rahmenvertrag für die Railjet- und Cityjet-Doppelstockzüge abgerufen. Wegen des speziellen Zuschnitts auf die Bedürfnisse von Flugreisenden bieten sie breitere Gänge und mehr Ablageflächen für Gepäck sowie eine durchgehende Erste-Klasse-Bestuhlung und einen separaten Sicherheitsbereich für eingechecktes Gepäck, welches bereits im Stadtzentrum aufgegeben werden kann. Aktuell werden umgebaute Regionalzug-Doppelstockwagen mit einer Taurus-Lokomotive im ikonisch grünen Design eingesetzt. Die neuen Züge ersetzen sie dann auf der 16-minütigen Fahrt zwischen Wien-Mitte und dem Flughafen Wien. Aktuell nutzen rund 4000 Menschen pro Tag das Angebot, welches zu fast gleichen Teilen dem Flughafen Wien und den ÖBB gehört. Ende Oktober wurde von Klimaschutzministerium und ÖBB der neue Rahmenplan für den Bahnausbau der nächsten fünf Jahre präsentiert. Mit 21,1 Milliarden Euro Finanzmitteln ist der Infrastrukturausbau weiterhin gesichert. Konkret werden 2,1 Milliarden mehr zur Verfügung gestellt als im letzten Jahr. Davon sind 1,5 Milliarden Euro Neuinvestitionen, mit welchen weitere Strecken ausgebaut und elektrifiziert werden. So beispielsweise die Treisentalbahn oder die Matiktalbahn. Auch unter anderem in die Relationen Köstendorf-Salzburg und Werndorf-Spielfeld wird zusätzlich investiert. Darüber hinaus sind rund 4,7 Milliarden Euro für die Instandhaltung der Infrastruktur vorgesehen. Verzögerungen wurden aber auch kommuniziert. Der Bau des Nordabschnitts der Nordbahn startet erst zwei Jahre später und der zweigleisige Ausbau der Franz-Josefs-Bahn verzögert sich sogar um drei Jahre. Um ein Jahr verschieben sich die Inbetriebnahme des viergleisigen Ausbaus Linz-Ost und Linz-Macht drängt nach hinten. Außerdem gibt es diesen Monat die folgenden Kurzmeldungen. Die Westbahn sichert während geplanter Bauarbeiten im Deutschen Eck von Mitte Oktober bis Ende November über 90% ihrer Zugverbindungen zwischen Salzburg und Tirol. Zwischen Wien und München können 83% der Fahrten wie geplant stattfinden. Für jene drei Tage Ende November, an welchen die Strecke vollgesperrt ist, werden Reisebusse zwischen Salzburg und Innsbruck bzw. München angeboten. Auch eine andere Baustelle hat die Westbahn allerdings derzeit, nämlich ihre IT. Denn die Online-Systeme der mehrheitlich privaten Bahn wurden gehackt und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Kunden oder Mitarbeitenden Daten gestohlen wurden. Der Fahrbetrieb war bzw. ist dadurch aber genauso wenig gefährdet wie die Zahlungsdaten von Kunden. Die ÖBB haben bei Stadler 16 elektrisch betriebene Cityjet-Akkutriebzüge nun festbestellt. Sie sollen ab 2028 entlang der Kammtalbahn in Niederösterreich eingesetzt werden. Diese Bestellung ist Teil einer Rahmenvereinbarung, die bis zu 120 Akkutriebzüge mit einem Gesamtwert von bis zu 1,3 Milliarden Euro ermöglicht. Wir haben bereits berichtet. Die Züge können auf nicht elektrifizierten Streckenabschnitten Batteriebetrieben fahren, was den Einsatz von Dieselzügen überflüssig macht. Die Wirtschaftskammer Wien startet ein Intermodal-Coaching-Programm, um Unternehmen beim Einstieg in den intermodalen Verkehr zu unterstützen. ExpertInnen erarbeiten mit den Unternehmen konkrete Konzepte, analysieren Potenziale für kombinierten Verkehr und erstellen Kosten-Nutzen-Vergleiche. Der intermodale Verkehr, der Straßen- und Schienenverkehr kombiniert, bietet zahlreiche Vorteile, wie die Reduzierung von CO2-Emissionen, die Entlastung von Lkw-Verkehren und effizientere Logistik für klein- und mittelständische Unternehmer. Die Industrie erkennt darin eine wichtige Möglichkeit, Klimaschutz und wirtschaftlichen Erfolg zu vereinen. Die Wirtschaftskammer Wien setzt sich außerdem auch auf europäischer Ebene für ein einheitliches, effizienteres und moderneres Bahnsystem ein. Deutschland Die österreichischen Bundesbahnen werden, wie im Oktober kommuniziert, die Go-Ahead-Verkehrsgesellschaft Deutschland übernehmen. Der Kaufvertrag wurde bereits unterzeichnet, wobei der Abschluss der Transaktion nach den erfolgreichen Genehmigungen noch für dieses Jahr erwartet wird. Go-Ahead Deutschland soll trotzdem als eigenständige Gesellschaft operieren und bestehen bleiben. Die Übernahme wird eigenen Angaben zufolge die laufenden Dienste bis zum Ende der Verkehrsverträge sichern und langfristiges Wachstum in Deutschland für die ÖBB ermöglichen. Go-Ahead Deutschland ist ein bedeutender Akteur im Schienenpersonennahverkehr Süddeutschlands mit ca. 1000 Mitarbeitenden und 144 elektrischen Triebzügen in Bayern und Baden-Württemberg. Die Übernahme ermögliche es den ÖBB in Deutschland zu wachsen, während Go-Ahead von der Stärke und Erfahrung der ÖBB profitieren soll. Beide Unternehmen betrachten die Vereinbarung als Investition in die Zukunft und Chance und bezeichnen den Kauf nach außen hin als Zukunftspartnerschaft. Dahinter steht wohl ein schon länger andauernder Versuch, der ÖBB in den süddeutschen Markt einzusteigen. Im letzten Jahr war das eigens gegründete deutsche Tochterunternehmen ÖBB Allegra bei einem Bieterverfahren für Verkehre zwischen München und Prag ausgeschlossen worden. Es lässt sich also spekulieren, ob der jetzt erfolgende Go-Ahead-Kauf eine Folge dessen ist. Uns interessiert natürlich eure Meinung zum Einstieg der ÖBB in Deutschland. Wie schätzt ihr die Lager des Konzerns ein und welche Interessen könnten dahinter stecken? Tauscht euch doch gerne in den Kommentaren aus. Über das Akkunetz in Schleswig-Holstein berichteten wir bereits einigermaler. Nun gibt es gute Neuigkeiten. Die neue batterieelektrische Zugflotte ist jetzt im regulären Linienbetrieb unterwegs. Schleswig-Holstein ersetzt nämlich aktuell Dieselzüge auf Strecken wie Kiel, Lübeck, Lüneburg. Diese Maßnahme entspricht einer Einsparung von 10 Millionen Litern Diesel und 26.000 Tonnen CO2 jährlich. Erics Holstein betreibt die Batteriezüge auf ihren verschiedenen Strecken, wobei sie eine Reichweite von mindestens 80 Kilometern haben und an Oberleitungen aufgeladen werden. Im Rahmen der Einführung des neuen Netzes wurden auch 16 Bahnhöfe modernisiert, sodass nun fast 90% aller schleswig-holsteinischen Bahnhöfe barrierefrei sind. Die Flotte von 55 Akkuzügen, welche ursprünglich bereits vor 10 Monaten hätte starten sollen, bietet je Fahrzeug 123 Sitzplätze, WLAN, Steckdosen und ein barrierefreies WC mit Wickelplatz. Dieser Fortschritt stellt durchaus einen Meilenstein für Schleswig-Holsteins Verkehrswende dar, ohne die Notwendigkeit umfangreicher Oberleitungen, und schafft eine nachhaltigere Zukunft für den Nahverkehr im Bundesland. Die Deutsche Bahn modernisiert ihre Fernverkehrsinstandhaltung mit digitalen Technologien. Das sogenannte E-Check-Verfahren, in das 55 Millionen Euro fließen, nutzt Roboter und künstliche Intelligenz, um die ICE-Züge zu inspizieren. Das erste mit dieser Technologie ausgestattete Werk ist Köln-Nippes. Die Standorte in Berlin, Dortmund, Hamburg und München folgen bis 2025. Der E-Check beinhaltet eine umfassende Inspektion der Züge, vor allem mit Hilfe von Kameras und natürlich KI. Abweichungen vom Normalzustand werden von dieser erkannt und den Technikern im Werk angezeigt. Die menschliche Kontrolle bestätigt die Diagnose, woraufhin automatisch Arbeitsaufträge erstellt werden. Zusätzlich übernehmen Roboter, sogenannte Co-Bots, die Frischwasserversorgung und Abwasserentsorgung der Züger. Dieses innovative Verfahren ermöglicht eine schnellere Inspektion und Wartung der Züger, reduziert die Dauer des Vorgangs auf die Hälfte der bisherigen Zeit und entlastet die TechnikerInnen von Standardaufgaben. Der Einsatz von Technologien wie dem E-Check-Verfahren spiegelt den digitalen Fortschritt wider und sorgt für eine effizientere Flottenwartung, gerade im Hinblick auf die wachsende Zahl von Zügen und den Fachkräftemangel. Einige dieser Systeme haben wir euch bereits im Video über die S-Bahn München gezeigt. Falls ihr euch das nochmal im Detail anschauen möchtet, findet ihr es in der Infokarte. Bei der Deutschen Bahn gibt es auch Veränderungen in ihren internationalen Geschäften. Es soll nämlich nun wie Arriva mit ihren Teilkonzernen an das Unternehmen I-Squared Capital, einen weltweit agierenden Infrastruktur-Investor, verkauft werden. Im Konkreten geht es um die Veräußerung der Arriva Group und den verbleibenden Landesgesellschaften in insgesamt 10 europäischen Märkten, darunter etwa Großbritannien. Die Transaktion wird voraussichtlich im nächsten Jahr abgeschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung des DB-Aufsichtsrats und des Deutschen Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Diese Entscheidung soll laut eigenen Angaben der Konzernstrategie folgen, welche den Verkauf von Arriva zur Förderung des Schienenverkehrs in Deutschland und verstärkten Investitionen im Kerngeschäft bereits vorsah. Die Arriva Group, 2010 von der Deutschen Bahn erworben, war ursprünglich Teil einer Internationalisierungstrategie der Bahn. Gerade im Rahmen der Corona-Pandemie wurden aber Verluste eingefahren, sodass Handlungsbedarf bestand. Vorherige Verkäufe in Nicht-Kernmärkten wie Schweden und Portugal wurden bereits im letzten Jahr vollzogen. Kritische Stimmen fordern schon seit Jahren einen Verkauf der Arriva Group, wobei der DB-Konzern wohl auch schon lange nach entsprechenden Käufern gesucht hätte. Verschiedenen unbestätigten Berichten zufolge bekommt die Bahn 1,6 Milliarden Euro für das Unternehmen, welche für die Modernisierung des deutschen Schienennetzes wichtig sind. I Squared Capital, bekannt für seine Erfahrung im Betrieb wichtiger Infrastrukturen weltweit, plant, Arrivas strategische Ziele wie im Netto-Nullbetrieb und Flottendekarbonisierung zu unterstützen. Im nächsten Schritt solle nun das Tochterunternehmen Schenker verkauft werden. Die Konzernspitze sei ebenfalls bereits auf der Suche nach Käufern. In diesem Hinblick Paradox ist allerdings der letztes Jahr vergebene Auftrag der indischen Millionenstadt Delhi an die Deutsche Bahn. Dort wurde gerade von Seiten der Deutsche Bahn International Operations, einer Tochtergesellschaft der DBICO Group, welche zu 100% der Deutschen Bahn AG gehört, Indiens erstes regionales Schnellbahnsystem in Betrieb genommen. Wie schätzt ihr den Verkauf ein? Ein richtiger Schritt, um die Bahn vom nie wirklichen Global Player nun zum Dienstleister ausschließlich in Deutschland zu entwickeln? Oder seid ihr anderer Meinung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Uneinig ist man sich auch traditionell bei Gewerkschaftsverhandlungen. Nachdem die von DB und EVG vor einigen Monaten nach durchaus zähem Ringen zu einem Abschluss gekommen sind, starten nun schon die Gespräche zwischen der Bahn und der zweiten großen Gewerkschaft, der GDL. Die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer, wenn auch deutlich kleiner als die EVG, hat nun bereits im Vorfeld ihre Positionen bekannt gegeben. Schwergewicht sei die Absenkung der Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden in der Woche. Es wird eine allgemeine Entgelterhöhung um 555 Euro gefordert, genau wie eine Steigerung sämtlicher Zulagen um 25%. Hinzu kommen Forderungen wie Inflationsausgleichsprämien und die Übernahme des Deutschland-Tickets. Die Deutsche Bahn, für welche die Punkte eigenen Angaben zufolge einer Erhöhung der Personalkosten um über 50% bedeuten würde, hat nun vorgeschlagen, moderierte Verhandlungen zu führen. Sie bezeichnet die Forderungen der GDL als nicht umsetzbar, da sie eine signifikante Erhöhung der Mitarbeitendenzahl erfordern würden. GDL-Chef Wieselski findet, dass gerade die Forderung der Senkung der Wochenarbeitszeit von allen anderen Beteiligten als völlig falscher Weg angesehen würde. Und rechnet mit einer eigenen Angaben zufolge etwas anstrengenderen Verhandlungsrunde. Gerade aus der letzten Tarifverhandlung mit der IVG lässt sich ziehen, wie wichtig eine konstruktive, zeitgebende Lösungsfindung insbesondere im Hinblick auf die Fahrgäste ist. Es bleibt zu hoffen, dass beide Parteien eine Verhandlungsgrundlage finden, ohne dass es zu signifikanten Einschränkungen für Reisende etwa Streiks kommt. Die erste Verhandlungsrunde findet am 9. November statt. Neben den größeren Berichten gibt es diesen Monat die folgenden Kurzmeldungen aus Deutschland. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft schreibt den Regionalverkehr auf den Linien München-Lenkrieß, Tegernsee und Bayerisch-Zell neu aus. Der Verkehrsvertrag Oberland 2027 Plus beginnt im Dezember 2026 und läuft bis zur Elektrifizierung der Strecken südlich von Holzkirchen. Der Zuschlag basiert auf Qualität und Wirtschaftlichkeit, wobei das aktuelle Angebot bestehen bleibt, da die Infrastrukturlimits bereits erreicht sind. Signifikante Verbesserungen sind erst nach dem Schienenausbau möglich, welchen der Freistaat finanziert. Der neue Betreiber muss die bestehenden 31 Dieseltriebwagen bis zur Elektrifizierung nutzen. Die Laufzeit des Vertrags geht bis mindestens 2032, aber spätestens 2037. Sie ist flexibel, abhängig vom Ausbaufortschritt. Interessierte Unternehmen können bis März 2024 ihre Angebote einreichen. Die Neubaustrecke Hamburg-Hannover ist wohl doch noch nicht völlig vom Tisch. Mittlerweile werden Stimmen, auch aus dem Bundestag, laut die das durch die Medien kommunizierte Aus der Neubaustrecke nun in Frage stellen. Der verkehrspolitische Sprecher der SPD meinte etwa, die Option einer Neubaustrecke zwischen Hannover und Hamburg solle offen diskutiert werden. Zwar sei die Generalsanierung dieses Abschnitts nun auf 2029 verschoben worden, jedoch stehe die konkrete Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums zur Neubaustrecke aus. Man strebe parallel einen Dialog mit dem Land, Kommunen und BürgerInnen über die Frage eines möglichen Neubaus der Trasse an. Aus dem Mitte Juli von der nahe SH an Alstom vergebenen Auftrag für die Lieferung von Coradia Stream HC-Zügen wurden nun offiziell 42 Stück abgerufen. Das sind zwei Fahrzeuge mehr als geplant, da sich nun auch Dänemark am Kauf beteiligt und die Triebzüge weiter bis nach Tinglev fahren werden. Ab Dezember 2027 soll es auf die Linien RE7 bzw. 70 und RB61 bzw. 71 soweit sein. Wer die Strecken betreibt, steht Indes noch nicht fest, die Ausschreibung hierzu wird Mitte nächsten Jahres gestartet. Das Deutschland-Ticket, welches vor sechs Monaten eingeführt wurde, ermöglicht Reisen im gesamten Land zu einem festen Tarif. Mit rund 11 Millionen monatlichen Nutzenden, darunter 8% NeukundInnen, wird es von vielen als Erfolgsmodell gesehen. Doch die Zukunft des Tickets ist ungewiss, da Bund und Länder sich seit Monaten über die Finanzierung im Unklarm befinden. Beide Seiten steuern aktuell jährlich 1,5 Milliarden Euro bei, aber die drohenden Mehrkosten von über einer Milliarde Euro ab 2024 bereiten Sorgen. Der Bund lehnt weitere Finanzzusagen ab und betont, dass die Länder für den Regionalverkehr zuständig seien. Verkehrsunternehmen verlieren Einnahmen, da AbonnentInnen auf das preiswertere Deutschland-Ticket umsteigen. Trotz Beratungen der Verkehrsminister gibt es bisher keine Einigung über die Zukunft des Tickets. Zu Beginn des Monats wurden immerhin 360.000 Unterschriften beim nordrhein-westfälischen Verkehrsminister Krischer zum Erhalt des Deutschland-Tickets eingereicht. Aber das auch nur, weil Bundesverkehrsminister Wissing diese selbst nicht annehmen wollte. Weiter in die Schweiz. Die BLS Cargo hat den Kauf von 10 neuen Siemens Mehrsystem-Lokomotiven des Typs Vectron für den Einsatz in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, den Niederlanden und Belgien angekündigt. Die Logs kommen mit dem neu entwickelten X-Load-Ausstattungspaket, das die Traktionsfähigkeit und Effizienz verbessert. Dank X-Load können schwerere Züge in Einzeltraktionen befördert werden, ohne zusätzliche Verstärkungs- oder Schiebelokomotiven einzusetzen. BLS Cargo hat diese von Siemens entwickelte Funktion ausgiebig getestet und ist von ihren Vorteilen überzeugt. Das Unternehmen verfolgt eine durchgehende Traktionsstrategie mit Mehrsystem-Lokomotiven, um länderübergreifende Produkte effizient zu liefern und höchste Qualität für die Kunden sicherzustellen. Die Beschaffung der neuen Lokomotiven unterstützt diese Strategie und deckt den Reinvestitionsbedarf für ältere Lokomotiven sowie den Mehrbedarf für das geplante Wachstum von BLS Cargo. Die Auslieferung der neuen ist für das Jahr 2026 geplant und erhöht die Vectron-Flotte von BLS Cargo auf insgesamt 50 Fahrzeuge, nachdem das Unternehmen bereits 2015 und 2020 insgesamt 40 Logs bei Siemens bestellt hatte. Die Swiss Airlines und die Schweizerischen Bundesbahnen haben ihr gemeinsames Air Rail-Angebot erweitert. Nun haben Swiss-Fluggäste, die über die Bahnhöfe Lausanne, Freiburg oder Bern reisen, die Wahl zwischen einer Verbindung zum Flughafen Zürich oder zum Flughafen Genf. Bisher war nur der Hauptbahnhof Genf an das Air Rail-Streckennetz angebunden. Die Fluggäste können nun also bequem von fernen Orten über Genf nach Lausanne, Freiburg oder Bern reisen. Die Bordkarten von Swiss werden jetzt mit dem SBB QR-Code versehen, um die Bordkartenkontrolle zu verbessern. Das Ziel ist es, mehr Transparenz über die Ein- und Aussteigerpunkte der Passagiere zu erhalten. Zudem verbessert Swiss den Zugang zum Swiss Travel Pass der SBB über ihre Online-Kanäle, einschließlich der Swiss Website und der Swiss App. Der Swiss Travel Pass ermöglicht ausländischen Reisenden die Erkundung der ganzen Schweiz mit Bahn, Bus und Schiff für verschiedene Zeiträume. Die Erweiterung des Air Rail-Angebots umfasst nun zwei Flughafenbahnhöfe und insgesamt elf Destinationen, darunter Genf, Freiburg, Bern, Interlaken, Lausanne, Luzern, Lugano, Berlinsona und Basel in der Schweiz, sowie München in Deutschland und Bregenz in Österreich. Die Bahnreise ist im Flugpreis von Swiss inbegriffen und die Fluggäste können die gesamte Reise in einem Schritt buchen. Mitglieder von Miles & More können auch mit Swiss Air Rail Tickets Prämien und Statusmeilen sammeln und Gäste der First- und Business-Klasse reisen in der ersten Klasse. Damit sind wir am Ende der Oktober-Ausgabe von Bahn News angelangt. Nutzt doch die Kommentarfunktion, um euch mit der Community über die Inhalte auszutauschen. Uns interessiert natürlich noch, welche Beiträge und Neuigkeiten ihr besonders spannend fandet. Wenn ihr auch im November nichts Spannendes verpassen wollt, dann abonniert doch gerne diesen Kanal. Vielen Dank für das Interesse und bis nächste Woche Freitag. Vielen Dank für's Zuschauen.